und damit willkommen zurück eine schlachten müssen wir noch schlagen in der pforte von rohan ja leicht wird es nicht leicht wird es nicht zwei gegner hexenkönig aber große map das ist eigentlich ganz gut für uns sollte mal schauen furten das heißt die ki mit einem ziemlich simpeln pathing erst mal das gasthaus einnehmen weil das ist produktionskapazität die ich gerne hätte die greifen da an ich baue mich so ein bisschen auf ja mal schauen mal schauen wird nicht easy aber es sollte machbar sein ich bin der erbe ich bin der erbe ich bin der erbe ich bin der erbe schade ah oh aha ok sehr interessant ich werde mich reichen genau wer geht möchte baut er stark du kannst dem hinterher ihr geht da lang so weiter bauen eigentlich eigentlich aha auch interessant das muss ich natürlich auch wieder verhindern ja ja machts mal gut obwohl ich brauch hier noch ein bisschen mehr produktionskapazität erst mal ein das war ganz wichtig er kassiert zwar ein bisschen schaden aber er müsste es tanken können weil das muss ich verhindern dass der hier mir im bergland ausbilder das gefällt mir gar nicht auch klingst nicht so mal sehen ob sie das schaffen sie könnten es schaffen mal schauen Du gehst da lang, da kommt ein Kampftroll, das ist natürlich ehrelich. Da müssen wir mal draufhauen. Oh ja, das ist ein Problem. Oh, der macht das alles kaputt hier. Yo, 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 das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Gut, dann muss ich hier rüber gehen. Ich kann versuchen, den Troll so zu töten, aber das wird schwierig. Lass da das in Ruhe. Sieht so aus. Also es kann gar nicht mehr. Ja, wird schwer. Sieht so aus, als würde ich das verlieren. Ja, und kaputt. Cool. Was ein Scheiß. Ja, sieht gerade sehr schlecht aus, das stimmt. Da muss ich noch lang. Ja, ne, ihr müsst da jetzt warten. Da kommen ja wieder Truppen raus. So, weiter ausbilden. Ja, dass ich immer noch nicht dabei bin und immer noch liquidieren muss. Das ist natürlich echt bitter. Ich bin hier so am Arsch. Genau, weil hier kommen jetzt wieder böse Truppen, die ich wieder austöten muss. Schauen wir mal, ob wir da unten hin können. Ja, Leute. Ist ja gefallen. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt extrem scheiße. Da sind meine ganzen Truppen. so Geld geht mir bald aus. Oh boy. Nein. Da kommt. Boah, nee. Das schaut so scheiße aus, man. Was soll ich denn da machen? Schafft's er es. Danke. Oh Mann, ey. Ich muss hier mal ein bisschen Stress schieben, dem Gegner. Kann ich mir das nicht holen? Äh, jetzt hab ich nur den Scheiß. Okay, okay, okay. Klar. Wieso nicht, ne? Warum nicht? Aber das war gut. Und das ist halt Bullshit. Ja, das war ein Schwachsinn. Ja, das könnte mir immer mehr sein, okay? Später. So. Machen wir mal unsere Einwandscheiß hin. Gut, da drüben ist noch nix. Das heißt, hier hab ich ne Chance. So. Baumeister töten. Kommando. Wo, ich weiß nicht mal mehr, wo meine... Vielleicht kann ich sein Ding ins Abtöten. Sein Gasthaus weghauen. Doch irgendwo da kannst du bauen. Gut. Gut. Ja, schaut... ...irgendwie aus. So. So. So, töten. Sehr schön. Ja, ne, die machen wir schon. Okay, so, schaffen die das jetzt dahin? Nö, sind alle tot. Alle weg. Okay, ein Feind vernichtet. Sehr schön. Gut, gut, gut. Passt. Passt. Ja, aber ein Feind ist weg, das ist schon sehr gut. Ich bin überall und nirgendwo, ne. Das ist echt krass. Eine Basis habe ich nicht. Alles Proxy. Alles Proxy. Das hat er nicht eingeb... Hä? Okay. Ja, gut. 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 Dann das. Das ist jetzt nicht so schlimm. Kann man machen, whatever. Oh, die Riesen. Könnte ich jetzt hier natürlich casten, aber das macht gerade wenig Sinn. Oh, die Truppen werden angegriffen. Ah ja. Okay. Stimmt. Gut, Befehle sind unterteilt. So, weiter geht's. Okay. Ja. Puh. Kontroll, 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 Kontroll. Ja, komm, Riese, hier. Gut, wo haben wir denn jetzt noch irgendwas? Der Feind greift unsere Truppen an. Nirgends. Sie sind wie Korn für die Sensor. Korn für die Sensor. Er gibt auf. Okay. Gut. Geschafft. Schön. Holy Schmackaroni. Das war knapp. Also, das war eng. Aber, tschau. Äh. Naja. Geht so, ne? Geht so. Hätt, hätt schlimmer kommen können. So, Kortisol. Äh, wo ist es? Da. Na, widerlich. Bäh. Gut. Dann. Äh, nichts behalten. Schwupp, schwupp, schwupp. Ausbrecht euch! So, jetzt schaut's mal. Jetzt schaut's mal genau hier hin. Also, die sterben jetzt. Bab, bab. Dann. Die sterben jetzt. Bab, bab. Also, schaut's auf diese fünf Truppen. Wir haben Arnor befreit. Alle weg. Alles weg. Fünf bis sechs Armeen. Einfach getötet. So, und jetzt ist cool, weil jetzt kann ich hier einfach äh, Truppen mitnehmen. So ein paar zumindest. Das sollte ich vielleicht hier behalten. So, und jetzt kann ich hier wieder ausbilden. Schaut's mal. Ich kann jetzt hier richtig schön Truppen ausbilden. Ist ja geil, ne? Das ist das nice. So zum Beispiel. Da hinten noch. Hier kann man noch sowas hinbauen. Das kann nach vorne. So, der greift da an. Da kann man noch ausbilden. Da haben wir eine Festung. So. Der hat nichts mehr. Dann drückt der Truppen. Über Isengard. Ne, warte. Ich glaube, ich ignoriere Isengard. Ignoriere ich Isengard? Eins, zwei. Zack, zack. Ja, dann sind beide tot. Ja, ich ignoriere Isengard. Ignoriere ich Isengard? Ja, doch schon. Doch schon. Die beiden zu töten ist besser. Dann kann ich immer noch runter. So ist der Rest. Hier ist Morognir. Drei Armee, ja, das schaffe ich nicht. Aber da kann ich hin. Wenn da jetzt zwei Armeen draufklatschen nach Bruchtal und ich hab da nichts, bin ich halt ziemlich gebumst. Was kommt denn da? Soldatenrohr hier im Rohrhandel. Ist egal. Belagerungsmaschine hin. Boah, schwierig. Ja, nee. Ja, wenn Bruchtal fällt, fällt Bruchtal halt. Ist halt so. Okay, ähm. Oh, ah. Ah. Da haben wir Truppen, da kann ja noch was mit. Ja, machen wir mal so. Okay, ähm. Ja. Pff. Besser. Kann man eine Halle bauen, die ist besser. Gut. Also, der geht rüber. Der geht rüber. Ich ignoriert, glaube ich, Hems Klamm, weil... Äh, Isengard, weil... Obwohl... Nee, muss ich nicht. Wisst ihr warum? Weil... Der hat zwar noch Truppen, aber... Nix... Keine... Keine... Bannerleute mehr. Genauso wie... Wow. Wir sind komplett tot. Okay, ja, super. Dann fehler Menschen. Okay, ich glaube, so kann ich die Befehle verteilen. Das war klar. Easy. Oh, mal... Uh. Das wird schwer. Drei Gegner. Puh. Okay, mal schauen. Das wird schwer. Das wird wieder nervig. Das Ding ist tatsächlich, mich verlässt gerade krass die Lust zum Aufnehmen. Deswegen... Nein! Ah! Ja, nee. Bringt ja nix. Wenn ich keinen Bock hab, dann macht das keinen Sinn. Ich geh jetzt da rein. Ich speichere ab. Und dann ist gut. Dann weiß ich zwar nicht, gegen was ich kämpfe. Das nächste Mal. Aber... Das ist auch dämlich. Ja, nee. Okay, ich zieh mal durch. Zurück an die Arbeit. Zieh mal durch. Ist okay. Hilft ja nix, ne? Hilft ja nix. Ich befehlige die Leib-Eigenen. Ich befehlige die Leib-Eigenen. Keine Widerrede. Wir haben unsere Befehle. Vorwärts. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich wissen, ihre Äxte zu schleudern. So. Jetzt holen wir uns hier den Loot. Loot tut gut. Da gehen wir wieder auf drei Dinger hoch. Bilder Ochs. Die Halle des Königs ist größer. Oh. Wir hatten hier zu. Das ist nicht wahr. Oh. Menschen aus Hand. Wir haben eine neue Halle des Königs gebaut. Das Blut vergisst ab. Die Befehle des Hexenkönigs. Der Fall ist hier. Der erste unter das Königs. Ihr macht, was euch gesagt wird. Keine Widerrede. Ihr Ruhe. Wir machen keine Widerrede. Ihr Jo-Mach. Nichts, was ihr macht, was euch gesagt wird. Wir sind hier fertig. Naja, okay. Also die Reiter macht YOLO. Das ist okay. Ja, passt. Easy Defense. Sind ausgerüstet, aber sterben halt trotzdem weg. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass Reiter nicht so mega broken sind. Sohn halt stark, aber relative Glaskanonen. Das ist eigentlich ganz gut gebalanced. So. Gut, wo wir stoppen. Ge-knäsch-tet. Bauert, der kassiert. Bogenschützen töten. Auch ganz wichtig. Geld holen. Wollen sie nicht. Komm. Oh. So langsam müsste ich mal ausbilden hier. Gut. Äh, ja. Läuft. Schleppend. Aber ich komm klar. Das müsste gehen. Was ist denn da? Da ist irgend so ein... So ein... Magier. Lustig. Tomir. Hier kommt der Genuss-Bing. Falls sich noch jemand daran erinnert. Ich befehlge. Ich befehlge. Das ist sicher. Das strengge. Das freige der Steigträger der Hügel. Der war zum Fатьmann. Woher hier Magen? Schneller oder ihr lang meine Keule kennen? Das Gebäude gehört das nächste. Ich befehlge. Also gut läuft es noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen schwierig hier. Okay, ja, das passt soweit. Das geht schon. Troll kriege ich gleich. Ich glaube ich habe in noch keinem Playthrough so oft auf dieser Karte gekämpft wie hier. Bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht. Alles ein, also hier, Dauer, Boom. Ja, ewig jetzt nett, aber ein bissl noch. Das heißt, der kann da langlaufen, das einnehmen und braucht dabei. Guck mal, der muss nicht mal da stehen. Was ein Cheat. Was ein billiger Cheat. Aber ja, das hat die Karina gedacht. So, MMMM, 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 MMMM. Geht nicht. Gut. Gut, dann das da hier. Ja, schaffen die das. Geht so. Kleines Buffy-Buff. Ja, das Geld fehlt irgendwie, ne. Na, hört das mir? Ne, war ja klar. Also, Boromir leitet schon weit besser. Also, Gimli und so waren immer ziemlich garbage, wenn sie angegriffen haben. Aber der Boromir, der macht das schon anständig. Ist gut dabei. Der hat einen schönen Führungsstil hier. Das reicht nicht. Ne, klar, natürlich nicht. Aber macht's ganz gut. Dass der Troll das überlebt hat, ist halt auch pervers, ne. So. Hier sind nicht alle da, die langlaufen. Dann nur ein paar. So. Gut. Next. Troll. Go. Ah ja. Auch interessant. Tun sie was. Na dann. Ja, Fester hat er nicht gebaut. Deswegen. Komm da mal her, Baumeister. So. Das ist halt so fies. Du kannst halt echt krass, Baumeister snipen unter Fähigkeit. Dafür ist er super broken. Bin ich ehrlich. Das ist halt so stark. So. Einfach irgendwelche Baumeister-Sniper. Loll. Guter Schuss. Nice. So. Ähm. Ich krieg nur meinen Höhenträumen. Nämlich hier. Hallo. Interessiert mich. Gut. Geschafft. Geht doch. Easy. Dankeschön. Eis aufs Eis. Mach mal Eis mit Eis. Wie macht er das? Wie man weiß. Es. Oh man. Puh. Easy. Naja. Ja. Okay. Tja. Läuft gut. So. Wir halten natürlich wieder nichts. Haben wir ausgebildet. Bla 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 bla. Klapp, 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 klapp. Aushalt euch! Und dann bin ich hier erstmal fertig. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wünsche euch mal einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen mieluen Tag. 浩版 – das hier Tú吃 Rules, oder? Nvio? Ich wünsche euch einen Prakt. Einen nation. Jets ring lang und бизнес. Ein Stadtmüßel würde ich mir lösen. Und nachdem, in einem Installation des Virus besteht, Ich wünsche euchjam park flOWN Tp. Wir sindAndrew Mang, und lucky morning. Nie500完 Ank Abst pals.